FRIENDOS, was geht's, GFs am Start, Leute, und willkommen bis zur nächsten Folge FIFA Mobile 21. Ja, Leute, heute gibt's ein kleines oder weiteres, ja, weiteres kleines Team-Upgrade. Ähm, ich hoffe, auf jeden Fall, dass wir heute auf die 176 kommen, ähm, genau, FRIENDOS. Ich würde sagen, wir grüßen als allererstes heute den, ähm, Moin, Moin, ja, kannst du uns grüßen? So, ich grüße meinen Moin, ich hab mal wieder Bock, ähm, Kommentare zu grüßen am Anfang des Videos, ähm, ja, FRIENDOS. Da hab ich auf jeden Fall mega, mega Bock. So, wir gehen nochmal kurz rein ins Retro-Stars, Leute, denn ich hab auf jeden Fall jetzt hier 300 Arcade-Token, und, ähm, morgen, ne, es wird morgen einfach zu wild, ne, weil es gibt morgen ungefähr 13, 14, 15 Packs, ungefähr so, aber wir rasten morgen absolut komplett aus, ne, ähm, ja, Leute, es wird absolut wild, ne, es wird morgen zu wild, äh, einschalten, ne, morgen, einschalten, morgen, ähm, genau, und auf jeden Fall kann ich morgen auch noch dann hier die Belohnung abrufen, hier Retro-Punkte und so weiter und so fort, äh, so, es wird auf jeden Fall zu wild morgen, ne, ähm, weil, ich hab ja gesehen in einem Bild, ähm, dass heute Abend auf jeden Fall um 21 Uhr kann man auf jeden Fall bei den, ähm, wie heißt es nochmal hier, im Kogumi-Automat, kann man auf jeden Fall dann hier, ähm, über 1000, ähm, Arcade-Token da ziehen, wisst ihr, was ich meine? Und, ähm, ich zieh die heute Abend, deswegen gibt es auf jeden Fall morgen dann schöne, viele Packs, ne, also, Leute, ne, es wird zu wild, Leute, es wird zu wild, gut, auf jeden Fall würde ich sagen, fangen wir an mit dem kleinen Upgrade, ähm, Vorteilspunkte, hab ich auf jeden Fall jetzt hier wie viel? 8000, glaub ich, ne, 8000, oder wie viel? Ähm, lade, 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 8700, okay, das reicht noch nicht für ein kleines Upgrade, ähm, ja, Leute, auf jeden Fall würde ich sagen, als nächstes maximale Chemie, ähm, tue ich hochgraden dann, weil ich hab jetzt hier 360, ne, 460, 460, also, für meinen Begriff ist es eigentlich too much, Leute. 460 Chemiepunkte ist in meinen Augen ganz schön hochgegriffen, Leute, ich würd sagen, wir fangen an mit dem Upgrade, ähm, ja, ich würd sagen, als allererstes, Box to Box, Leute, weil Schweinsteiger und Beckham haben den selben Skill, wirst du, ha, und das ist sehr, sehr gut, Leute, ähm, 2 Millionen Coins für Levelaufstieg, Leute, einfach Level 16, ne, boah, ha, 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 dazu sag ich nur, Heilwitzka, ähm, weiter, und, Leute, haben wir jetzt schon die 176, haben wir nicht, aber wir haben jetzt hier was freigeschalten, ähm, ach, Beckham, Leute, Beckham, wie nice ist das denn, ha, wie nice ist das denn, Leute, 95, ey, Leute, das heißt, wir können ein Pack öffnen, wenn wir wärmer gucken, aber ich glaube, das buggt eh wieder bei mir, das ist jedes Mal bei mir, ne, das ist so belastend, Leute, das ist einfach so belastend, äh, ja, Real Talk, Leute, wisst ihr, was ich mal, wisst ihr, was ich jetzt mache, wir machen jetzt noch einmal Skill Boost, einmal, ähm, machen wir, keine Ahnung, ähm, Balak, Van Dijk, oder, Jose Caleron, ich würd sagen, wir machen Van Dijk, Van Dijk, Imaiki, Batz, Junge, 2 Millionen, so, und habe auf jeden Fall jetzt hier noch 6 Millionen Coins, und die 175 ist immer noch am Start, ne, ist einfach immer noch am Start, Leute, ich würd sagen, Leute, wir machen jetzt einfach diesen, Philipp Lah, Batz, Junge, alter Alaba, ne, David Alaba, jawohl, 3,4 Millionen Coins, ja, Leute, Batz, Junge, Philipp Lahm auf 105, und das reicht sogar noch für einmal Skill Boost, Verbesserung, haha, und, Leute, wir können auf jeden Fall jetzt noch ein Beckelpack öffnen, Leute, wie nice ist das denn, wie nice ist das denn, und die 176 ist am Start, Leute, nice, Junge, haha, die 176 ist am Start, wie nice ist das denn, ähm, und, Leute, wir öffnen ganz kurz nochmal ein, was, du hast genug SP, ich weiß, ich weiß, aber ich hab nicht genügend Coins dazu, ähm, Leute, wir kommen zu dem Beckelpack, und wir öffnen natürlich das Beste hier, ähm, Batz, Junge, vielleicht ziehen wir nochmal XP oder Münzen, wir ziehen Münzen, Leute, 250.000 Münzen, aber ich glaube, das war immer wieder das Schlechteste, ne, war's auch, ey, wenn wir morgen auch wieder so wenig Glück haben, dann raste ich absolut komplett aus, Leute, das letzte Mal Skill Boost, Verbesserung, Leute, und, ähm, ich würde sagen, das machen wir jetzt bei Michael Ballack, Leute, Levelaufstieg, ha, nein, der Hase, Leute, so, Batz, Junge, 176er Team, Leute, wie, nice, das sind bloß noch Philipp Lahm auf die 105 hochgradet, puh, geil, Leute, geil, geil, die Zeit sagt hier lockerflockig 5 Minuten, ich würde sagen, wir machen nochmal ein kleines, schönes, versus Angriff Spielchen, ähm, am besten mal im neuen Event, würde ich sagen, oder, im Retro Stars Event, ha, würde ich sagen, machen wir nochmal ein schönes, versus Angriff Spielchen hier, ähm, genau, Batzunge, weil, Leute, mich juckt eigentlich, mich jucken die Spieler nicht so wirklich, bei dem, ähm, Retro Stars Event, also jetzt bei, versus Angriff Spielchen, ähm, ja, Leute, so, Handy in die Hand, 100, 50er Team mit 580 Chemie, ne, also wie gesagt, ich muss schon meine Chemie hochgraden, ähm, sobald ich auf jeden Fall die nötigen Vorteilspunkte am Start habe, werde ich auf jeden Fall, ähm, Chemiepunkte, verbessern, Leute, so ist der Plan, ha, der Masterplan, und Leute, wie gesagt, der Titel wird heißen, Road to 180er Guess, so wird der Titel heute heißen, so, Alexis, und der Held, der ist auf deinen Held, Junge, er ist auf deinen Held, drin ist er, 2, 1, so, Jose Caleron, perfekt, Junge, und rein damit, komm, Sanchez, ah, jawohl, hochspielen, zu Sanchez, und Sanchez mit dem, was macht er denn, Junge, was wartet denn da so ewig, jetzt komm, rein damit jetzt hier, Sanchez, Batz, Junge, reingezimmert, so, Caleron, ach, Junge, Junge, was das, Zaha, komm Junge, renn, ach, der führt einfach, und der Held wieder, was das denn, rein damit, mit, ey, freist los, er muss rein, weg him, jawohl, Junge, 6, 5, oh, der trifft wieder, jawohl, 7, 6, der muss rein, jetzt komm, schnell, Sanchez, jawohl, 8, 6, das war's, ich hab gewonnen, so, egal, weg der mit jetzt hier, 8 zu 6 hab ich gewonnen, Leute, wie nice ist das denn, Leute, hat er noch ein Tor gemacht? Nein, noch nicht, okay, 8 zu 6 gewonnen, und was krieg ich nochmal jetzt hier? Ähm, ach so, genau, Retro-Gesundheit und nochmal ein Wahnsinnspunkt, ähm, ach so, und dann, okay, ah, okay, 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 und was sind diese anderen Punkte hier? Ach, diese Love-Punkte dann, ne, die hier, na gut, Leute, ich würd sagen, das war's für heute, morgen, ne, es wird zu wild, Leute, am Start sein morgen, ne, ähm, ja, dann würd ich sagen, möge die Macht mit euch sein, Skywalker, bis zum zack. Und der nächste Táchenkampé,